Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit den Juristen und Dozenten Dominik Rauschmeier über die Grundlagen der Unternehmensfinanzierung. Herr Rauschmeier, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind und wir haben heute ein sehr cooles Thema. Es geht um Unternehmensfinanzierung und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer mit Ihnen einsteigen. Denn viele Unternehmen benötigen Kapital, um zum Beispiel Investitionen zu tätigen, ihr Wachstum zu finanzieren, was natürlich auch ganz wichtig ist, oder vielleicht auch in bestimmten Fällen Wettbewerber einzukaufen. Was gibt es denn für Möglichkeiten für Unternehmer, ja ich sag mal seriös und nachhaltig zu finanzieren? Das ist natürlich ein riesen Blumenstrauß von Möglichkeiten, die wir haben. Und meinen Teilnehmern sage ich dann immer, lass uns erst mal das ein bisschen aufteilen in zwei verschiedene Gruppen. Einmal die Finanzierung, die von außen kommt ins Unternehmen. Also wenn Unternehmen im Grunde genommen neue Geldgeber bekommen, wenn Unternehmen Kredite zum Beispiel auch bekommen. Das ist einmal die Außenfinanzierung, die wir haben. Sehr, sehr interessant und im Grunde genommen auch das, was die meisten so kennen. Ja, also wenn Sie Geld haben wollen, gehe ich zur Bank. Das ist immer so, sagen viele. Dann gehe ich jetzt zur Bank, holen wir ein bisschen Geld. Ich kann aber auch Geld dadurch bekommen, dass ich zum Beispiel neue Gesellschafter mit ins Boot nehme. Bei Aktiengesellschaften total typisch, ganz häufig, dass wir die Kapitalerhöhungen da haben. Bei den GmbHs, bei den OHGs, bei den KGs, ein bisschen schwieriger, das Ganze zu handeln. Das ist der Eideblock, den wir kennen. Der andere Block ist die Innenfinanzierung. Und da gibt es das auch bei den Aktiengesellschaften, was wir da haben, ist häufig, dass wir sagen, wir legen die Gewinne mal so ein bisschen zurück. Für schlechte Zeiten, für Corona und was wir so hatten. Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sage ich immer, das ist im Grunde genommen das, was wir auf dem Sparbuch haben. Dass wir auf der hohen Kante liegen haben, unsere Rücklagen. Und dann gibt es für die Unternehmen natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Das sind Rückstellungen, die man bilden kann für gewisse Verbindlichkeiten, die irgendwann in der Zukunft mal kommen, wo ich noch nicht genau weiß, wie hoch sind die eigentlich? Was kommt da eigentlich auch an Ausgaben auf mich zu? Und dann gibt es noch so etwas wie Vermögensumschichtungen, wie ein Flohmarkt im Grunde genommen. Ich gehe auf den Flohmarkt, verkaufe da eine Playstation und habe da nachher das Geld, um mir noch was anderes Schönes für zu kaufen. Also einen ganzen breiten Strauß von Möglichkeiten, denen ich im Grunde genommen habe. Das sind jetzt die Möglichkeiten, wo tatsächlich Geld ins Unternehmen kommt. Und dann gibt es noch solche Möglichkeiten, wie Leasing kennen viele oder auch Factoring, Forderungsverkauf, was auch für ein Unternehmen natürlich ganz wichtig ist und auch dazu führt, dass nachher wieder ein bisschen liquides Geld wieder da ist. Fremdkapital kann ja zum einen, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, den Wachstum fördern oder eben auch Gewinne erhöhen. Andererseits kann es natürlich auch im schlimmsten Fall eine hohe Verschuldung sein und dann im schlimmsten Fall auch zum Geschäftsrisiko werden. Gibt es denn so etwas wie, das hört sich ganz gut an, gute Schulden und schlechte Schulden? Und falls ja, wie unterscheiden sich diese beiden Bereiche und auf was sollte ich ganz konkret als Unternehmer darauf achten? Eigentlich sagen ganz viele ja immer, Schulden sind grundsätzlich schlecht. Also bloß keine Schulden. Ich bin ja im Immobilienfinanzierungsbereich unterwegs und dann heißt es, nein, wir nehmen ganz, ganz viel Eigenkapital mit in die Finanzierung mit rein, dass wir bloß keine Schulden haben. Das ist für den Privatbereich grundsätzlich erstmal auch okay. Aber auch da gibt es so etwas wie gute Schulden, das hört sich komisch an, finde ich immer, gute Schulden. Gute Schulden zeichnet sich dadurch aus, dass ich eine Investition tätige im Privatbereich, zum Beispiel um dann nachher mir eine fremdvermietete Wohnung zu kaufen. Dann zahlen im Grunde genommen die Zinsen und die Tilgung werden dann von den Mieterinnen und Mietern bezahlt. Schlechte Schulden haben wir in den Konsumausgaben ganz häufig. Wo wir dann sagen, okay, wir kaufen uns ein Auto, wir kaufen uns ein Fernseher, wir kaufen uns eine neue Couch. In meiner Tätigkeit als Banker war es tatsächlich mal so, da haben die Leute Reisen über Kredite finanziert. Die Reise ist nach zwei Wochen vorbei, der Kredit läuft noch zwei Jahre. Da gibt es natürlich die große Entscheidung, gute Schulden, schlechte Schulden. Im unternehmerischen Bereich haben wir es auch noch häufig, dass wir sagen, wenn wir dort eine Investition tätigen, die möglicherweise eine höhere Rendite erzielt, als die Zinsen danach, die ich zahle. Da macht es Sinn. Wenn man es ganz einfach erklären möchte, wenn ich eine Investition oder eine Geldanlage zum Beispiel finden würde, wo sechs, sieben, acht Prozent möglicherweise rauskommen, das ist natürlich ein bisschen mit Risiko verbunden, ich einen Kredit aufnehme für vier Prozent, bin ich am Ende des Tages im Grunde genommen der Gewinner. Deswegen sind Schulden an sich, gerade im unternehmerischen Bereich, nicht das Allerverkehrteste. Man muss immer nur gucken, wofür setze ich sie tatsächlich auch ein. Es gibt einen zweiten Aspekt bei diesen Schulden. Ich kann natürlich damit auch mich etwas schöner nach außen darstellen. Es gibt den sogenannten Leverage-Effekt, den wir kennen. Das heißt, mit der Aufnahme von Fremdkapital kann ich, bei entsprechenden Zinskonstellationen, kann ich es dazu führen, dass die Eigenkapitalrendite natürlich auch steigt. Und das macht mich als Unternehmen natürlich vielleicht für eine Übernahme für neue Gesellschafter, die man vielleicht auch aufnehmen möchte, interessanter. Ob sich dann ein Unternehmen über Beteiligungskapital oder eben auch über Kredite finanziert, ist ja dann grundsätzlich erstmal auch eine strategische Entscheidung, wie Sie gerade gesagt haben. Wo komme ich her, wo will ich hin, was habe ich für Ziele, was kann ich an Geld abzwacken und woran will ich es investieren? Was sind denn so die beiden Vor- und Nachteile dieser Form, um ein Unternehmen zu finanzieren? Im Grunde genommen haben wir ja die großen, von der Außenfinanzierung die großen Blöcke, Beteiligungsfinanzierung und Kreditfinanzierung. Und wenn wir das Ganze mal in so eine Bilanz reinpacken, Bilanzaktivseite und Passivseite, sind wir bei der Finanzierung immer auf der Passivseite der Bilanz. So, und da gibt es oben das Eigenkapital, das wäre die Beteiligungsfinanzierung und wir haben das Fremdkapital bei der Kreditfinanzierung. Und da liegt im Grunde genommen auch die strategische Entscheidung für viele Unternehmen, wie möchte ich mich eigentlich finanzieren? Möchte ich mich so finanzieren, dass ich neue Gesellschaft damit aufnehme? Denen brauche ich das Geld nicht mehr zurückzuzahlen. Da brauche ich auch keine Zinsen zu bezahlen. Aber ich habe jemanden neben mir, der möglicherweise dann auch entscheidet, der im Grunde genommen Mitspracherechte hat. Und das wollen viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht. Weil sie sagen, ich möchte hier meinen Tisch haben, ich möchte mein Büro haben, ich möchte selber entscheiden können. Und deswegen fällt da die Finanzierung manchmal etwas schwieriger aus, weil auch der, ich nenne das mal Kaufpreis für einen Anteil, zum Beispiel eines GmbH-Gesellschaftsanteils, schwierig zu formulieren ist. Bei den Kreditfinanzierungen, also bei der Fremdkapitalfinanzierung, haben wir es natürlich etwas leichter. Da ist die Bank, die kommt einmal im Monat zu mir und sagt, Herr Rauschmeier, ich möchte gerne meine Zinsen haben, ich möchte meine Zillungen haben. Der Rest, den sie machen, ist uns, das muss ich in dem unternehmerischen Bereich mal so ein bisschen sagen, relativ egal. Da ist es so, ich habe keine Mitspracherechte, aber ich habe halt eine permanente Belastung. Und wenn es jetzt, Sie kennen wahrscheinlich auch den Januar immer, also den kenne ich zumindest als sehr, sehr teuren Monat. Auch da kommt die Bank natürlich zu mir und sagt, Herr Rauschmeier, ich hätte gerne meine Rate. Und in Sommermonaten, wo möglicherweise bei einigen Unternehmerinnen und Unternehmern die Auftragslage etwas zurückgeht, auch da wollen natürlich die Raten gezahlt werden. Und das kann man jetzt nochmal schön mit den schlechten und guten Schulden verbinden, weil, wenn ich über eine Fremdkapitalfinanzierung, also Kreditfinanzierung spreche, und wir haben sehr schwierige zwei Jahre hinter uns mit der Pandemie, da kommen die Banken dann auch und sagen, wir haben einen Vertrag, wir haben einen Deal und wir möchten gerne die Raten von uns wiedersehen. Und dann müssen die bezahlt werden. Das wäre dann eine große Herausforderung. Und da bietet sich natürlich dann eher an, dass wir eine neue Gesellschaft damit aufnehmen. Bleiben wir bei der Wahl der Finanzierung. Vielleicht gibt es ZuschauerInnen, die vielleicht kurz vor diesem Punkt stehen und sich verschiedene Möglichkeiten anschauen, auch Berater haben. Aufgrund ihrer Expertise, auf welche Kriterien muss ich ganz besonders achten? Bei den meisten steht immer ganz oben zunächst Zinsen. Ich muss erst mal gucken, wie sind die Zinsen? Welche Höhe haben die Zinsen eigentlich? Was muss ich da bezahlen? Im unternehmerischen Bereich stelle ich das immer gerne so ein bisschen zurück. Da sind ganz andere Themen wichtig. Was kann ich zum Beispiel für Sicherheiten bieten? Wenn ich überhaupt keine Sicherheiten anbieten kann, Wenn ich also da nur ganz wenig im Topf habe, was ich einer Bank auch anbieten kann, was sie an Sicherheiten bietet, dann brauche ich im Grunde genommen bei den Banken gar nicht so mit großen Forderungen aufzuschlagen. Das ist das eine. Kosten sind das andere. Was habe ich für meinen Kredit tatsächlich zu bezahlen? Da gehören natürlich auch so ein bisschen die Zinsen zu. Aber dann ist eine Leasingfinanzierung zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ein Auto zu leasen oder ein Bus oder ein LKW, ganze Büroausstattungen zu leasen, da kommen natürlich ordentliche Kosten drauf. Da muss ich mir immer überlegen, wie viele Kosten spare ich dafür eigentlich ein, wenn ich diese Finanzierung tatsächlich so mache. Lieferantenkredite gehören zu den teuersten Krediten tatsächlich. Und das ist dann immer so ein bisschen die Entscheidung neben den Zinsen, Sicherheiten und natürlich, das Thema hatten wir gerade schon ganz kurz besprochen, Mitspracherechte. Danach entscheiden sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dann möchte ich den einen Weg beschreiten oder möchte ich tatsächlich auch mal den anderen Weg beschreiten. Aber man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, ansonsten landet das alles nicht in einem so guten Ziel. Wenn wir jetzt nochmal unseren Blick auf unsere deutsche Wirtschaft richten, wir haben sehr, sehr viele KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen. Aus Ihrer Erfahrung, was ist denn so die bevorzugte Finanzierungsform? Der Bundestag hat 2021 da mal eine Erhebung tatsächlich gemacht. Und gerade bei den KMUs haben wir fast zu 50% reine Bankfinanzierungen. Das heißt, sie begeben sich sehr stark zur Bank und wollen da eine Finanzierung haben. Das ist vom Grundsatz erstmal nicht verkehrt, weil wir dort natürlich auch die Dispositionskredite haben, die für eine normale Liquidität auch ganz wichtig sind. Auf der anderen Seite begebe ich mich natürlich immer in ein Boot und da habe ich jemanden, ich vergleiche das mal mit einem Ruderer, der sitzt hinten drin bei mir im Boot, der rudert aber nicht mit, das heißt, der will sein Geld und ich Aste vorne. Das ist natürlich eine schwierige Situation. 36% sind dann immer noch so, dass sie dann sagen, okay, wir finanzieren das über Eigenmittel. Über Eigenmittel, die wir irgendwie aufbringen. Neue Gesellschafterinnen, neue Gesellschafter und gerade bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, die Inhaber geführt sind, haben wir viele Inhaberinnen und Inhaber, die dann sagen, ja komm, gerade in schwierigen Zeiten, packen wir nochmal ein bisschen Geld auf das Firmenkonto, um uns im Grunde genommen am Leben zu halten. Was extrem wenig ist, sind die Fördermittel, die abgerufen werden, gerade im kleinen mittelständischen Bereich. Und was wir fast gar nicht sehen, sind die klassischen Möglichkeiten, dass ich über Anleihen gehe, dass ich Crowdfunding zum Beispiel mache. Das kommt mittlerweile etwas mehr, aber es ist noch relativ eingeschränkt. Die meisten gehen tatsächlich zu den Banken und wollen da ihre Finanzierung in die trockenen Tücher tatsächlich bringen. Herr Rauschmeier, ich würde fast sagen, das ist doch noch ein sehr konservatives Modell. Warum ist das gerade so verbreitet bei den KMUs? Und was würden Sie sagen, was kann man diesen Unternehmern, Unternehmerinnen an die Hand geben, um einfach mal ein paar kreativere Modelle auszuprobieren? Denn das heißt ja nicht, dass, wie Sie gesagt haben, die Bankfinanzierung immer die beste ist. Ja, das Erste, was ich den meisten tatsächlich rate, ist, geht zu Experten, lasst euch beraten, was die Finanzierung selbst angeht. Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare sind damit sicher keine schlechten Ansprechpartner. Weil es vielleicht auch mit einer Umwandlung der Unternehmensform zusammenhängt. Wir haben bei den familiengeführten Unternehmen sehr viele total tolle Spezialisten in ihren eigenen Bereichen. Wir haben die Handwerkerinnen und Handwerker, wir haben Dienstleisterinnen und Dienstleister. Das sind aber keine Finanzprofis. Deswegen ist mein Aufruf, geht zu den Finanzprofis. Lasst euch beraten, dass einfach mal der Tisch gedeckt wird mit den Möglichkeiten, die ich dann habe. Was ich nachher wähle, ob ich dann das eine oder das andere wähle, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Zu welchen Konditionen ich das dann mache, steht auf dem anderen Blatt Papier. Viele kennen die Möglichkeiten einfach nicht. Es gibt ja dann auch noch Möglichkeiten, wie Eigenkapital und Fremdkapitalfinanzierung mische, die sogenannte Mezzanin-Finanzierung. Da gibt es einen unfassbar reich gedeckten Tisch. Bei vielen ist es doch dann die Hausmannskost. Und das ist nicht das Schlechteste, bei den Banken zu finanzieren. Das ist eine gute Möglichkeit. Wenn ich aber den Tisch mal vor mir habe, entdecke ich vielleicht die eine oder andere Feinheit dann nochmal und kann auch daran so ein bisschen nippen. Und im besten Fall konnten wir heute mit unserem Interview dazu beitragen, dass sich der oder die ein oder andere damit beschäftigt und vielleicht doch mal so ein paar andere Möglichkeiten zulässt. Super. Herr Rauschmeyer, vielen Dank, dass ihr heute bei uns war. Hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Mir auch.